Ja, ab letztem Mal schnell fortfahren. Aber wie soll ich das bitte schon machen? Irgendwie muss es da doch einen kleinen Trick geben, wie ich den richtig besiegen kriege. Besiegen zu kriege. Okay. Auf ein neues. Okay, ich habe ihn jetzt schon fast in Phase 2 geprügelt mit einem Hieb im Endeffekt nur. Fängt schon mal sehr gut an. So, das ist ja noch relativ einfach hier. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch wieder so eine kleine Idee. Wenn ich einfach zwei Sachen damit miteinander verbinde, klappt das ja im Endeffekt auch. Oh, wo ist der scheiß Cursor jetzt hinne? Hä? Komm, leg es endlich frei. Leg dein scheiß Meisterfleisch frei. Ach Gott. So, das Meisterfleisch ist freigelegt. Komm, 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 komm kommen weg da er mit der weg da wo ist das scheiße direkt elixier da du kommst daran und du kommst daran von wo von wo von wo steckt da von unten oder dafür das gibt es echt nicht das gibt es nicht komm lege sein scheiß fleisch wieder frei da ist es und go go komm 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 habe ich ihn scheiße ich habe ihn noch nicht ich habe nichts mehr zum heilen okay jetzt schon bald einfach dein fokus weiter ich kam nicht an kannst knicken ich komme da oben nicht an was soll denn das ich komme da oben nicht an alter wollte mich verarschen okay folgen entschuldige dass ich gerade zu wenig glaube ich muss mich hier echt konzentrieren mein kurser spackt auch die ganze zeit ab hallo ok konzentrieren und weg 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 ok doch nicht ok jetzt kommt die andere seite dran du kommst daran du kommst daran jetzt muss ich ihn wieder mische beobachten damit ich nicht welche fehler jetzt mach und weg da hat komm 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 setz den scheiß kopf frei ja ja jawoll kette ran zieh 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 komm 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 und jawohl einmal noch nur noch ein verficktes mal dann habe ich ihn und jawohl ja episch der meister wurde besiegt die kraft der kette wurde teilweise wieder hergestellt okay jetzt bin ich echt geschaffen ich denke mal es kommt wieder eine katze mit helena mit helena o mein gott o mein gott o mein gott ich kann echt nicht mehr sagen oh mein gott ich hab oh gott endlich wieder gespielt das spiel und erst mal gleich dem ne fünften meister glaube ich fünften meister ich denke mal fünften meister hat mir schon in den arsch getreten wo ist helena 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 ist drinne oh gott war das episch oh mein gott ich komme gerade echt nicht mehr aus dem spart aus dem hause helena da oben das geht schon wieder los ich weiß ja was passieren wird ich will hier vorher was anderes noch geben aber ich habe ich habe ihr noch was zur besetzung gegeben dritte empfüller alles klar danke türme über der name narbe ergibt sinn ja jeder weiß wer der spiel mit mir zusammen gespielt hat was das jetzt bedeutet aber unsere kette steigt wieder ein bisschen aber nein das ist es mir nicht wert oder gänsehaut nein 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 das ist alles nicht wert helena was passiert wieder mit dir nein 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.